Der Audi Star Talk. Hier ist Dirk Nowitzki, Uli Höhne, Matthias Sammer. Die Größen des Sports hautnah erleben. Der Audi Star Talk. Macht natürlich immer etwas mehr. Heute aus dem Audi Zentrum Hannover mit ihrem Gastgeber Klaus Brunewald. Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass Sie dabei sind zu Hause. Und herzlich willkommen auch unseren tollen Gästen hier in Hannover. Danke für den super netten Empfang. Dankeschön. Starten wir gleich voll durch. Denn wir haben ein bisschen gebastelt. Es hat ein bisschen gedauert, aber jetzt sind wir zusammengekommen. Und wir freuen uns riesig, dass wir heute in Hannover sind und zum ersten Mal die beiden Macher von Hannover 96 gemeinsam in einer Fernsehsendung präsentieren können. Hier sind also der Geschäftsführer Sport und der Trainer der Erfolgs-Elf. Hier sind Mirko Slomka und Jörg Schmattke. Ihr Applaus. Vielen Dank. Danke. Ah, das ist eine Stimmung, oder? Ah, das macht Laune. Das ist gut, ne? Dankeschön. Lass uns anfangen. Denn es gibt so vieles mit Ihnen beiden zu besprechen. Es ist ja wirklich Wahnsinn, was hier in Hannover entstanden ist. Wenn man jetzt nur mal ans letzte Wochenende denkt, dieses Spiel gegen Borussia Dortmund, da spielt man am Ende 1 zu 1. Da spielt man auf Augenhöhe mit dem deutschen Dubelsieger, dem amtierenden Dubelsieger. Ist das so ein Moment, Jörg, wo man auch für sich einfach mal denkt, Mensch, echt fantastisch, was hier entstanden ist. Ja, man denkt schon, dass es sich gelohnt hat, dass es Spaß macht und dass man eine tolle Unterstützung auch hat mit den Fans, aber auch im Klub. Und dass man letztendlich honoriert wird für das, was man sich aus dem Kopf gedrückt hat, was man geleitet, was man gearbeitet hat und was wir uns gemeinschaftlich ausgedacht haben. Wie ist es für Sie, Mirko, ist doch auch fantastisch, oder? Wenn man sieht, man kommt wieder ins Spiel, man macht den Aushälber, man gewinnt das Ding sogar fast noch. Typisches Bild eigentlich. Zu Beginn haben wir uns ja ein bisschen versteckt und haben uns nichts zugetraut gegen den deutschen Meister. Und boah, hoffentlich tut das nicht so sehr weh gegen die in der ersten Halbzeit. Und dann haben wir Vertrauen gefasst und haben gemerkt schon zum Ende der ersten Halbzeit, boah, hier geht vielleicht was. Und am Ende haben wir natürlich auch volles Risiko gespielt und haben alles auf dem Platz an Stürmern gehabt, was man sich so vorstellen kann. Und dann haben wir letztendlich dann auch verdientermaßen noch den Ausgleich erzielt. Und ich glaube, dass wir in der zweiten Halbzeit schon auch sehr dominant waren, obgleich man sagen muss, dass Borussia Dortmund immer gefährlich ist und natürlich auch eine ganz tolle Mannschaft hat. Ja, Borussia Dortmund, das weiß ja jeder, war die Mannschaft der letzten beiden Jahre in Deutschland. Da gibt es, glaube ich, überhaupt gar keine Zweifel. Und während wir hier eben nochmal die Szenen aus dem Spiel sehen, wollen wir uns noch eine andere Szene miteinander anschauen, die vielleicht auch ein bisschen zeigt, wie der Stellenwert auch von Hannover gestiegen ist. Die spielte sich am Rande ab, nämlich so eine kleine Auseinandersetzung zwischen Ihnen und Jürgen Klopp. Ja, Klopp und ich verstehen uns natürlich nicht. Habt ihr euch gehauen hinterher noch im Kabinengang? Wir haben uns ja schon am Montag wiedergesehen bei der Trainertagung der Bundesliga-Trainer und Zweitliga-Trainer. Da war alles schon wieder in Ordnung. Wir verstehen uns sensationell gut. Und ich glaube, dass wir alle natürlich unter Strom stehen, angespannt sind und sehr emotional reagieren können auf manche Dinge. Und er hat mir ja gezeigt, das war jetzt der dritte Verletzte. Aber wir hatten damit nichts zu tun. Herr Kuba hatte sich verletzt ohne Gegnereinwirkung beim Flankenversuch. Und dann gab es noch eine Situation mit Didi Jakunan und Sven Bender. Der hat ihm dann ins Auge gestochen, glaube ich, mit dem Finger. Das passiert halt mal im Eifer des Gefechts. Aber das war jetzt ja keine böse Absicht. Jörg, der Jürgen Klopp ist ja jemand, der vielleicht auch den Geschmack dessen, dass er mal nicht als Sieger vom Platz geht, gar nicht mehr so kennt. Gibt da manchen, der jetzt im Moment auch sagt, der muss sich erst mal wieder daran gewöhnen, an das Gefühl, eben nicht als Sieger vom Platz zu gehen. Ja, ich glaube, Jürgen wäre gut beraten, wenn er sich nicht daran gewöhnt. Weil natürlich jeder die Spiele gewinnen möchte und es ist schlecht, wenn man sich an Niederlagen gewöhnt. Also Sie haben Verständnis dafür, dass er auch schon ein bisschen kauzig ist jetzt? Ja, ich habe totales Verständnis dafür, dass ein Trainer natürlich sehr emotional ist in den Spielsituationen und dann auch schon mal überreagiert. Ich finde das nicht schlimm. Ich finde, damit kann man auch gut umgehen. Und ich glaube, auch die Menschen im Stadion und an den Fernsehzuschauen, die können damit gut umgehen, weil es letztendlich alles nicht ganz so heiß gegessen wird, wie es gekocht wird. Gut, dass ich kein Phraseschreiben habe. Am Ende, ja, ich bezahle auch. Ich habe Geld dabei. Aber ich finde, die Emotion gehört ein Stück weit mit zu unserem Spiel. Das macht unser Spiel auch lebendig. Und wenn dann einer mal über das Ziel hinausschießt, na gut. Aber Jürgen ist schon jemand, wie Mirko auch sagt, der sich dann auch wieder schnell beruhigt. Am nächsten Tag ist er dann wieder ansprechbar und dann ist auch alles wieder in Ordnung. Aber dass man sich ärgert, ich finde, das zeigt auch, dass er seinen Job lebt und dass er emotional dabei ist. Und dass er natürlich auch nach wie vor Ziele hat. Und das finde ich letztendlich gut. Emotionen sind auch gut. Ich kann Ihnen sagen, es ist kein Spaß, als vierter offizieller Schiedsrichter zwischen Jürgen Klopp und Mirko Slomka zu stehen. Das macht gar keinen Spaß. Weil beide schimpfen und meckern. Da geht es nur hin und her. Permanent gar nicht. Ja, Emotionen ist eigentlich ein super Stichwort und ein schöner Übergang jetzt zu einem Film, den wir gebastelt haben. Denn wir haben natürlich mal ein bisschen die Geschichte aufgearbeitet. Die gemeinsame Erfolgsgeschichte. Was ist eigentlich so alles entstanden hier in Hannover? Die ersten sechs Spiele weggelassen, oder? Die ersten sechs haben wir, glaube ich, weggelassen, ja. Michel Marculescu. Also, ich glaube, die können Sie das alle gut vorstellen. Sicher, ja. Na ja, aktuell, Tabellenfünfter. Ich meine, der Weg ist nicht so weit. Ein Platz nach vorne ist man schon in der Champions League Quali. Ja, aber die macht keinen Spaß. Also, wenn dann schon. Wenn dann richtig. Wenn dann richtig. Und, ähm, ist ja klar, ich würde jetzt mitnehmen, wenn es kommt. Aber, ähm, Ziel ist es nicht. Oder jetzt doch langsam. Weil man auch merkt, wie stark man ist, gegen wen man alles mithalten kann. Also, ich glaube, es wäre sehr vermessen, jetzt über Champions League oder dauerhaft Euro League nachzudenken. Wir sind jetzt im zweiten Jahr in der Euro League. Das ist super, das ist toll. Das macht Spaß mit den Fans und mit allen Beteiligten, an diesem Erfolg zu partizipieren. Und einfach daran zu arbeiten, dass es so bleibt. Und wir haben eine sehr gestandene, sehr geschlossene Mannschaft, die jetzt ja über die letzten zwei Jahre auch überwiegend zusammengehalten werden konnte. Das ist ja unser größtes Plus. Ja, unsere Abläufe funktionieren einfach. Die ganzen Automatismen, die man sich neu erarbeiten muss. Wenn man neu startet, vielleicht mit acht, neun, neu zu ganken, dann funktioniert das alles nicht so gut wie bei uns jetzt gerade. Und diese Mannschaft ist extrem leistungswillig und wir haben eine tolle Arbeitsatmosphäre geschaffen. Aber jetzt zu sagen, wir brauchen jetzt noch zwei Jahre bis Champions League. So schnell kann man gar nicht gucken. Da ist man plötzlich wieder 13. oder 14. in der Bundesliga-Tabelle. Es gibt genügend Beispiele. Ich kann mich noch gut erinnern, vor zwei Jahren standen in der Tabelle auch so Mannschaften wie Freiburg beispielsweise. Mainz war eine ganze Zeit lang vorne dabei. Wir haben es gemeinschaftlich geschafft, jetzt uns da zu etablieren. Aber das ist ein mörderischer Kampf, da zu bleiben, wo man jetzt ist. Etablieren, gutes Stichwort. Was bedeutet es euch, die Nummer eins im Norden zu sein? Denn das ist Hannover jetzt. Das ist ein Nebeneffekt, der natürlich die Emotionalität so ein Stück weit bedient, vor allen Dingen von Fans. Das ist gar keine Frage. Letztendlich sage ich, wenn wir Zweiter sind im Norden und wir werden Dritter, dann ist auch alles gut. Also das wäre auch nicht so schlimm. Darf ich fragen, sind Sie so erfolgreich, weil oder obwohl Sie so unterschiedliche Typen sind? Das ist ja totaler Quatsch. Also wir sind sicherlich unterschiedliche Typen, das muss man mal sagen. Das Schöne, glaube ich, bei unserer gemeinsamen Erfolgsserie, die wir jetzt hier gestartet haben, ist, dass wir gegenseitiges Vertrauen haben. Denn das, was sich abspielt, in der Schnittmenge unserer gemeinsamen Zusammenarbeit, das findet halt nicht öffentlich statt. Also der Jörg muss jetzt nicht auf dem Trainingsplatz stehen und mir zuschauen und gucken, ob das alles gut funktioniert. Ich muss aber auch nicht gleichzeitig bei jedem Telefonat dabei sein, um zu hören, ob er das alles richtig macht. Ich habe komplettes Vertrauen. Aber da, wo es wichtig ist, da, wo es darum geht, wollen wir das wirklich so machen oder doch anders, in diesen Schnittmengen, da müssen wir zusammenstehen. Aber das kriegt niemand mit. Deswegen glaubt jeder, wir sprechen nicht miteinander. Das wäre ja Irrsinn. Wie soll das funktionieren, wenn wir nicht miteinander auskommen? Ich weiß nicht, ob die Zuschauer im Fernsehen das verstanden haben. Da hinten, ich weiß nicht, ob Sie den Herren mal zeigen können. Sie können auch mal kurz aufstehen. Der nette Herr hat gerade hereingerufen. Deswegen macht ihr es die nächsten drei Jahre auch weiter. Da wäre jetzt mal der Sportdirektor gefragt. Ja, wir werden sehen. Wir sind in Gesprächen, um die Vertragsverlängerung von Mirko hinzubekommen. Das ist ein kompliziertes Gebilde. Wir möchten den Vertrag verlängern. Wir haben das öffentlich kundgetan. Er hat öffentlich kundgetan, dass er bereit ist für Gespräche, dass er sich das vorstellen kann. Nichtsdestotrotz macht man so einen Vertrag nicht mal eben im Vorbeigehen. Da muss man bestimmte Dinge besprechen und die besprechen wir im Moment. Und wir werden dann am Ende sehen, wie lange es dauert. Ein bisschen Geduld, das wäre ganz gut. Und dann werden wir irgendwann ein Ergebnis haben und das werden wir dann präsentieren. Was für ein Gefühl haben Sie, Mirko? Ja, aber ich muss erst mal bestätigen, dass wir natürlich in diesen Gesprächen sind. Und zum anderen muss man auch sagen, dass es ja insbesondere auch für Hannover 96 eine Entscheidung ist, die auch eine Bedeutung hat. Natürlich auch für mich hat diese Entscheidung auch eine große Bedeutung. Wir haben jetzt angefangen. Wir haben uns versucht zu etablieren in dieser Spitzengruppe. Nur wenn man dann natürlich auch viele Dinge, unterschiedliche Dinge hört, die von außen schon wieder gefordert werden mit Champions League und dauerhaft Euro League, dann müssen natürlich auch die Fakten dafür geschaffen werden. Wir sind wirklich auf einem sehr guten Weg als Verein mit diesem Team. Aber wir haben so viele kleinere Baustellen, die wir immer wieder und permanent lösen müssen, wo wir dranbleiben wollen. Nachwuchsleistungszentrum beispielsweise. Natürlich haben wir auch Verträge von Spielern, die auslaufen. Da wollen wir rangehen und wir wollen auch immer gucken, dass wir keinen Stillstand haben, sondern dass wir... Ich fordere gar nichts, aber ich glaube, wir alle wollen, dass Hannover 96 einfach vorankommt, weiter vorankommt und vor allem stabil in dieser Tabellenregion bleibt, wo wir jetzt gerade sind. Und das ist nicht einfach. Einfach nur mal so. Das machen wir schon. So geht es nicht. Deswegen müssen wir auch sehr hart daran arbeiten, dass es so bleibt. Aber von der Grundidee sind wir uns ja einig. Wir haben bestimmte Punkte, die wir verbessern müssen, auch strukturell in unserem Club. Da sind wir dran. Da laufen auch Gespräche. Und die Stoßrichtung, die ist schon mal gleich. Das ist schon mal die Grundlage dafür, dass wir überhaupt erfolgreiche Gespräche führen können. Und wie gesagt, die Gespräche laufen. Habt ihr Zeitpläne? Nein, machen wir nicht. Zeitpläne und vor der Saison irgendwelche Ziele ausgeben, die sind immer nur für euch wichtig und toll, weil die kriegen wir am Ende. Aber der Herr Kind hat gesagt, im Oktober kriegen wir es hin. Ja, der Herr Kind hat gesagt, im Oktober, der weiß aber auch nicht, welches Jahr. Und der hat auch nicht. Der ist auch nicht. Der Vertrag läuft nächsten Sommer aus. Ja, aber dann machen wir ja. Also ich glaube nicht, dass es zielführend ist, wenn wir insgesamt immer wieder irgendwelche Zeitfenster auf haben, Wasserstandsmeldungen herausgeben. Sondern wir reden ganz in Ruhe, ganz, ganz, ganz seriös. Ich habe es nicht gesagt. Und wenn wir ein Ergebnis haben, dann kommen wir um die Ecke und dann werden wir sagen, hey, wir sind es soweit. Aber vorher, ich bin da kein Freund von, ich mache das nicht gerne, weil sonst können wir uns hier hinsetzen und sagen, hey, pass auf, wie sieht es aus? Warum nicht? Wäre toll für euch, super toll für euch. Aber hat natürlich überhaupt nichts mit Seriosität zu tun. Hat natürlich überhaupt nichts damit zu tun, dass wir ein Wirtschaftsunternehmen sind und dementsprechend uns auch verhalten müssen. Okay, aber eine letzte Frage möchte ich trotzdem noch dazu stellen dürfen und zwar an Sie, lieber Mirko. Und zwar würden Sie, wenn Sie hier verlängern, auf eine sogenannte Bayern-Klausel oder eine Nationalmannschaftsklausel verzichten? Also würden Sie sagen, wenn Sie verlängern, dann verlängern Sie ganz oder gar nicht? Ja, da gibt es nämlich überhaupt keine Frage, wenn ich hier bei NOVA 96 den Vertrag verlängere. Dann tue ich das mit Herz und Seele und großer Leidenschaft und dann gibt es nämlich keine Alternative. Das ist eine klare Aussage. So, und jetzt, liebe Gäste, liebe Zuschauer, jetzt wollen wir Sie beide auch persönlich ein bisschen näher kennenlernen. Und da wir ja niemanden bevorteilen wollen, fangen wir mit Jörg Schmadtke an, weil Schmadtke kommt vor Slomka im Alphabet. Und wir stellen also jetzt mit Jörg Schmadtke einen der profiliertesten Manager in der Fußball-Bundesliga vor. Mein Kollege Flemming Lesner besorgt das. Ja, also, modisch hat er sich wirklich weiterentwickelt. Hab da tief gekramt, ne? Ja, sehr tief, machen wir immer und machen wir gerne. Also, ich muss schon sagen, sehr hübsch. War ein absoluter Verkaufsschlager bei Jörg Schmadtke damals. Ja, ja, das ist total gelaufen, das Trikot. War eine Sensation. War natürlich Zeitgeist, ne? Hier haben wir Graffiti gerade, das ist ein Truck auf dem Trikot und vorne in der Scheibe war der Werbepartner Zamek drauf. Also, war schon eine gute Idee zum damaligen Zeitpunkt. Heute würde man sich zweimal überlegen, ob man das trägt. Ja, wir haben uns gedacht, weil das so schön ist mit diesem Modestyl, wir machen mal eine kleine Umfrage dazu. Bitteschön. Grausam, das sieht vor einer 80er-Jahre aus. Ja, ich denke, das wurde heute Nachmittag aufgenommen, oder? Oder gestern Abend, weil es ist so dunkel. Diese ganzen Neo-Farmen, total ugly, ne? Keiner anhaben, was er will, solange es jetzt nicht obszöne ist. Super, wirklich. Die 80er waren sowieso eine echt schlechte Zeit für Mode. Nein, nicht schön. Ist mal weg von den Punkten, von den Streifen, es sieht super aus. Eike Himmel. Ja, war eine andere Zeit, muss man nicht sagen, die 80er, was die Mode betrifft. Und ein Bild würde ich gerne noch mal rausgreifen, denn das weiß ich gar nicht, ob es das in der Bundesliga wirklich mal gegeben hat, dass ein Torwart eingewechselt wurde als Feldspieler. Ja, nicht eingewechselt, ich habe getauscht. Ich habe vorher im Tor gestanden, bin dann zur Seitenlinie raus, andere Torwart rein, ich habe Tore ausgezogen, hatte ein Spielertrikot drunter und bin dann in den Sturm rein. Zwei Spiele, ein Spiel in Rostock und ein Spiel in Dortmund. Quasi wie Günter Netzer, hast du dich selber vorhin in den Sturm gespielt. Ich habe mich selber vorne eingewechselt. Hier kommt die Szene? Das ist, glaube ich, gegen Dortmund, das war das letzte Saisonspiel, Dortmund war Meister, wir waren gerettet, wir hatten ein paar Probleme. Und haben Sie das Tor vorbereitet? Ja, ja, Pascal Seretis, ein griechischer Spieler, der sein einziges Bundesliga-Tor gemacht hat und der war mir auf ewig dankbar. Ich glaube, ich kann heute noch Urlaub in Griechenland machen, wenn ich den abmüse. Und dann müssen wir natürlich auch noch eine andere Sache klären, wo das Publikum hier auch im Saal spontan ein bisschen geschmunzelt, wie er fast schon gelacht hat. Das ist also mit diesen alten YouTube-Schnipseln, die man irgendwo rauszieht. Und zwar folgende Aussage, hören wir uns bitte nochmal an, es geht um die Spieler- und um die Trainerverpflichtung. Zum Beispiel bei der Verpflichtung von einzelnen Spielern bin ich dabei und kann auch eine Mannschaft da durchaus mitsprechen. Bei einer Verpflichtung von einem Trainer kann eine Mannschaft in einem gewissen Rahmen natürlich nur mitsprechen. Also mal abgesehen davon, dass die Frisur echt ein Knaller war zu den Tarek-Zeitungen. Aber ich hatte richtig Haare. Ja, ja, also wirklich volles Programm. Geht es so basisdemokratisch bei Hannover 96 zu, dass Sie vorher die Mannschaft immer fragen, was haltet ihr von dem Spieler X und Y? Die meisten kennen die nicht, deswegen ist es schwierig, das zu befragen. Nein, es ist natürlich auch ein bisschen meiner Sozialisierung geschuldet vielleicht, dass ich gesagt habe, Mensch, man kann das auch ein bisschen anders machen, man kann auch die Mannschaft mit einbeziehen. Aus heutiger Sicht würde ich sagen, eine tolle Idee, die wir besser lassen. Was glauben Sie, was hätte der Sportdirektor Jörg Schmadtke mit dem Spieler Jörg Schmadtke gemacht? Jetzt heute? Ja. Oh, ich glaube, er hätte eine Typberatung verschrieben auf jeden Fall. Friseure haben wir gute in Hannover, das wäre schon gegangen. Brauche ich nicht mehr. Seltener auf jeden Fall. Ja, ansonsten, es gibt auch heute noch verrückte Spieler. Das gibt es und das ist auch gut, so macht den Sport ja so wunderbar. Herrlich ist übrigens auch die Geschichte, die müssen wir uns jetzt auch nochmal erzählen, ich glaube, Sie sind der einzige Sportdirektor in der Fußball-Bundesliga, wahrscheinlich sogar in beiden Ligen, der in diesen Job reingekommen ist, über eine Stellenanzeige im Kicker. Ja, ist wirklich wahr, der eine oder andere fängt schon an zu lachen, aber es stimmt wirklich, im Kicker war eine Stellenanzeige, wir haben die auch vorgelegt hier, gesucht wird, Sportdirektor und so weiter. Geschäftsführer wurde auch noch gesucht, aber da habe ich gedacht, das ist nicht mein Ding, ich war Sportdirektor. Ich wollte eigentlich, der Ursprung war, ich hatte meinen Fußballlehrer gemacht, ich wollte eigentlich Trainer werden, dann habe ich mich beworben bei mehreren Landesverbänden und dann habe ich den Kicker durchgeblättert und habe gesehen, auch mit Sportdirektor, habe mir so durchgelesen, was ist da zu tun? Habe ich noch nicht gemacht im Fußball, kann man mal ausprobieren. Drei Kandidaten, glaube ich? Hingeschrieben, drei Kandidaten, Auswahlverfahren durchlaufen und am Ende meinten die dann, Mensch, Herr Schmadtke, wollen Sie nicht mal versuchen? Sie waren der Einzige, der ein Konzept vorgelegt hat, ne? Ja, wir sollten ein Konzept schreiben, ich habe dann nachher erfahren, der eine hat sich geweigert, der andere hat irgendwie so einen Schmierzettel genommen und ich habe mir natürlich die Mühe gemacht, am Rechner mich hinzusetzen und so eine Kladde zu machen und die habe ich dann verteilt. Ich habe da letztens noch mal reingeguckt vor zwei Jahren und habe mich dann ein bisschen erschrocken, wo da drin stand, aber es hat gereicht, ich habe geahnt. Heute ist es so, dass, wenn man sich in der Branche umhört, man wirklich nur sehr viel Positives hört, Sie wären der Kilometerfresser unter den Sportdirektoren, Sie würden 85.000 Kilometer im Jahr zurücklegen, fast jeden Spieler Silber sehen. Einer hat uns gesagt, egal zu welchem Spiel du gehst, Schmadtke ist schon da. Das ist so ein bisschen Ihre Maxime? Ja, am Ende muss ich den Kopf hinhalten dafür, was wir verpflichten. Wir sprechen uns ab, also es ist ja nie so, dass ich die Dinge alleine mache, sondern wir haben Scouts, die unterwegs sind, die kommen mit Informationen, die Informationen werden gefiltert, die werden dann mit dem Trainerteam besprochen, in erster Linie mit Mirko werden die besprochen, ob dieser Spieler interessant sein könnte, die werden ihm dann vorgestellt. Aber ganz am Ende verpflichte ich keinen Spieler, den ich nicht irgendwann mal live gesehen habe. Bis jetzt hat das immer geklappt und ich hoffe, das geht auch weiterhin so. Das ist manchmal ein bisschen aufwendiger und ein bisschen kompliziert, aber bis jetzt hat es immer funktioniert. Und ich glaube, dass das auch ein Stück weit ein Teil des Erfolges ist, dass wir eine relativ geringe Auswahlquote bei unseren Spielern haben, weil wir nicht nur die fußballerischen Elemente überprüfen, sondern auch uns erkundigen über unsere Netzwerke, die jeder Einzelne hat. Was ist das für ein Typus, auf den wir uns da einlassen? Und passt der zu uns, auch in unsere Gruppierung hinein? Weil ich glaube, dass wir nicht Einzelspieler verpflichten müssen, sondern wir brauchen eine funktionsfähige Gruppe. Und wenn es das immer wieder gelingt, dass wir eine Gruppierung hinbekommen, die leistungsfähig und leistungswillig ist, dann ist es für den Trainer leichter zu arbeiten und dann hat man auch mehr Erfolg. Also wenn ich das richtig verstehe, ist diese Akribie sozusagen dann am Ende des Tages auch der Erfolg für wirklich gutes Scouting? Das glaube ich schon, ja. Das ist eine Grundvoraussetzung, nicht die einzige, aber eine. Jetzt ist es ja so, Sie sind ja der Mann, der unter... Ich glaube, ein Sportjournalist in Aachen hat das mal sehr schön geschrieben. Er hat geschrieben, Jörg Schmadtke, Christoph Pauli heißt der, Sportchef der Aachener Zeitung. Jörg Schmadtke ist die, ich weiß nicht, ob wir das Zitat vorliegen haben, die Idealbesetzung für Klubs, die verzweifelt sind, denn er beschert eine außergewöhnliche Rendite. Dafür sind Sie auch bekannt, dass Sie Spieler holen, die wirklich kaum einer kennt in Norwegen und sonst wo. Und dass die natürlich in kürzester Zeit erblühen und richtig klasse Fußball spielen. Haben Sie, ja? Aber das ist ein altes Zitat, muss man sagen. Also als ich 2001 angefangen habe, habe ich mir Spiele angeschaut, da war ich alleine auf der Tribüne. Aachener Zeit. Aachener Zeit, ja. Also wenn ich heute in die Stadien komme, da sitzen die Scouts nicht nur national, sondern international. Die sitzen alle links und rechts neben mir. Also das Thema ist vorbei, dass man einen Spieler irgendwo herangelt, den sonst keiner mehr kennt. Das gibt es nicht mehr. Dieses Thema ist vorbei. Dafür ist die Welt zu gläsern geworden. Dafür sind die Informationsflüsse zu schnell. Und das gibt es nicht mehr. Aber damals war das der Fall, dass man einfach, wenn man ein bisschen mehr unterwegs war als andere, dass man mehr Dinge gesehen hat. Das ist heute nicht mehr so. Aber haben Sie nicht auch als Trainer das Gefühl, dass es schon in Hannover außergewöhnlich ist, wenn man sieht, wen Sie verpflichtet haben, auch gemeinsam verpflichtet haben in den letzten Jahren? Das ist ja wirklich Wahnsinn. Also ich würde sagen, die Auswahlklote liegt unter 10 Prozent. Also das Thema ist, glaube ich, nicht nur, das Herumreisen und das Auswählen und Anschauen von Spielern und Spielen, sondern auch das Dranbleiben an diesen Spielern. Ich erinnere mich gut an die Verpflichtung von Moa Abdelau, den wollten wir eigentlich schon nach der Winterpause holen oder nach der Winterpause holen, dass er für uns zum Einsatz kommt. Das hat nicht geklappt, aber der Manager ist halt drangeblieben. Und im Sommer haben wir ihn dann gekriegt. Und wenn man dann einfach aufgibt und sagt, das klappt sowieso nicht, dann funktioniert es nicht. Aber dran... Ein bisschen Nervensägen zu lassen manchmal. Ja, einfach wieder mal anrufen, noch mal schauen. Muss man schon verbissen an solchen Spielern dranbleiben, dass man wirklich die Chance hat. Und der Moa hätte sich sicherlich auch für einen anderen Verein entscheiden können, vielleicht auch für einen attraktiveren Klub. Aber er hat vielleicht auch, wie ich sage, Mensch, die wollen mich wirklich. Da gehe ich da mal hin. Also, das ist doch schon mal ganz klasse. Träumen Sie denn manchmal, wenn man so einem, sagen wir mal, versuchen muss man relativ wenig, relativ viel rausholen. Träumt man da nicht auch manchmal davon, dass man beispielsweise Sportdirektor bei Bayern München ist und mal vor der Saison locker für 70 Millionen shoppen geht? Na, ich glaube, dass Transfers grundsätzlich, ob ich viel oder wenig Geld habe, immer kompliziert sind. Sind immer schwierig. Die müssen immer irgendwie passend sein. Es ist egal, ob ich 40 Millionen für einen ausgebe oder 500.000. Weil es ist immer ein Wagnis. Aber würden Sie gerne mal 40 Millionen ausgeben? Ja, aber da habe ich kein Problem mit. Also, ich würde mich jetzt deswegen nicht schämen. Wir können Bayern-Kind gerne mal anrufen. Dann schauen wir mal. Ich glaube, uns würde, die eine oder andere Idee hätten wir, wenn wir 40 Millionen auf den Tisch stehen würden, wo wir sagen, Mensch, die gehen wir mal aus. Würden wir schon was gehen, ja. Ja, würden wir schon hinbekommen. Okay, jetzt ist er elegant, haben Sie gemerkt. Elegant der Frage ausgewichen, ob er sich vorstellen könnte, mal bei Bayern-Sport direkt dazu. Ja, der hat er gut gemacht. Ja, alter ehemaliger Kollege ja übrigens auch. Gerne beim Fernsehen gearbeitet, ne? Ja, sehr gerne. Ich habe viel Spaß gehabt, habe viel gelernt und tolle Menschen kennengelernt und musste dann leider Gottes richtig arbeiten, ja. Das war ja, fatsch. Das war ja, hört七 Okay. Untertitelung des ZDF für funk, 2017